Wir haben es grundsätzlich mit zwei dunklen kosmischen Entitäten zu tun. Ja, nennen wir sie doch einfach mal The Dark Brothers. Und diese beiden Dark Brothers, die kämpfen eine kosmische Schlacht von epischen Proportionen. Au, au, au! Oh Gott! Auf, zau an! Ich bekomme einen Nobelpreis dafür. Du Pfeife! Du nicht! Ich bin interessant. Die haben mich alle untersucht. Ich bin ein interessanter Fall. Lass sie nicht raus! Lass sie! Hilfe! Also, ich finde es sehr schön, dass ihr alle den Weg hier gefunden habt, um mit mir meine bedeutende, man kann sagen, revolutionäre Errungenschaft zu feiern, die tatsächlich mit großem Abstand das Beste ist, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich habe viel von ihr gehört, Magda. Ich glaube, wir haben uns nur kurz bei der Beerdigung gesehen. Ich war nicht auf der Beerdigung, ich war in der Klapse. Schön! Auf die Liebe! Prost! 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 Untertitelung des ZDF, 2020